Es ist das bekannte Sechs-Punkte-Spiel zwischen dem SV Bergisch Gladbach und dem SV Lippstadt. Beide Mannschaften befinden sich in der Abstiegszone, können diese aber mit einem Sieg gegen den Konkurrenten verlassen. Das Duell der beiden jüngsten Trainer der Liga Helge Hohl und Felix Bechtold hatte also eine ganz besondere Brisanz. Beide Mannschaften haben sich ja so ein bisschen von ihrer schlechten Form erholt. Bergisch Gladbach sogar mit vier Punkten aus den letzten beiden Partien. Die Gastgeber in Rot von links nach rechts mit Dogan, Balkenhoff sieht da nicht gut aus, Mamutowitsch und Kourouk verpasst die Abschlussgelegenheit. Glück für Lippstadt, dass daraus nicht mehr wurde. Die Gäste lassen sich allerdings nicht verunsichern. Hennecke mit dem Versuch aus der zweiten Reihe gut kombiniert. Es fehlt noch etwas an Präzision, auch bei diesem Eckball und dem Kopfball von Sansa, der aus Verl nach Lippstadt gekommen war. Die Männer in Weiß jetzt mit einem Chancen-Plus. Lier aus der zweiten Reihe und Schlussmann Peter Stürmer merkt. Leute, konzentriert euch, passt auf, es gibt eindeutig zu viele Abschlüsse auf mein Tor. Aber auch die Gäste machen Fehler. Eine riesen Gelegenheit für David Mamutowitsch. Das muss sein vierter Saisontreffer sein, bestraft den Fehler von Evers aber nicht. So kommen sie mit Hofmeyer und Gerrit Kaiser. Dieser Mann hat einfach einen Lauf, sein achter Saisontreffer. Aber die Flanke von Hofmeyer geht an sieben Spielern vorbei. Kaiser kann den ganz bedenkenlos annehmen und verarbeiten. Diesen Vorwurf muss sich die Abwehr von Bergisch Gladbach gefallen lassen, dass da keiner in der Lage ist, den Fuß vor den Mann der Stunde in Lippstadt dazwischen zu halten. Bergisch Gladbach zeigt dennoch Moral, kämpft sich zurück in die Partie. Kapitän Dogan auf den eingewechselten Odagaki. Der Torschuss als Raumfahrtkommando, die Chancenverwertung. Da können sie sich nichts vormachen in Bergisch Gladbach. Einfach nicht gut genug in dieser ersten Halbzeit. Anders bei Lippstadt, Lier und Henneke. Das geht viel zu einfach. Das Timing natürlich auch ganz ungünstig. Bergisch Gladbach war gedanklich schon in der Pause. Aber sie treffen nochmal in der 45. Minute. Der voll freistehende Valentin Henneke profitiert von der Schläfrigkeit der Abwehr vom SV Bergisch Gladbach 09, der am Mittwoch die nächste Abstiegsaufgabe vor der Brust hat. Der Wuppertaler SV ist zu Gast. Die Partie wird von uns live auf Rheinkick übertragen. Er wird dann auch wieder dabei sein. Cenk Dogan, der Kapitän. Immer unter Helge Hohl gesetzt. Es gibt die nächste Freistoßmöglichkeit für Bergisch Gladbach. Aber auch Tom Wüstenberg kann da nicht genug Zug zum Tor generieren. Ahrens inzwischen 85 Minuten gespielt. Lippstadt kommt nochmal. Gut gemacht. Kaiser 0 zu 3. Und er weiß natürlich, bei wem er sich zu bedanken hat. Mustafa Dogan. Musterhaft vorgelegt. Uneigennützig. Dieser Pass sorgt dafür, dass Kaiser nicht nur seinen 9. Saisontreffer schnürt, sondern auch endgültig besiegelt, dass Lippstadt erstmal raus ist aus der Abstiegszone. Es geht nur noch um Kosmetik für Koruk. Aber auch der findet heute einfach nicht den Weg zum Tor. Am Ende heißt es von der Heimmannschaft, heute war einfach nicht mehr drin. Der SV Lippstadt gewinnt bei Bergisch Gladbach mit 0 zu 3. Ein verdienter Sieg. Die Gastgeber haben am Mittwoch, wie schon erwähnt, das nächste 6-Punkte-Spiel vor der Brust. Der Wuppertaler SV ist zu Gast und damit die nächste große Aufgabe live bei uns bei RheinKick. Das ist das große Frage steigt Mittwoch. Jetzt schön wasematic, diese Frage geergolt ab.